Hallo, ich bin Peter Sodat und ich bin Fluglotse und Trainer bei Ausdruck und Roten. Mir gefällt an dem Job sehr gut die Arbeit in einem professionellen Umfeld mit Kollegen und auch den Piloten. Sehr zufriedenstellend am Job des Fluglotse ist auch, wenn man den Traffic-Flow so sicher und effizient wie möglich abgearbeitet hat. Ich habe ein sehr familiäres Verhältnis mit den Schülern. Wir duzen uns und gehen sehr respektvoll miteinander um. Ich rate jedem, den der Job des Fluglotsen interessiert, sich nicht von den Selektionskriterien abschrecken zu lassen und es einfach zu probieren. Bewirb dich jetzt als Fluglotse. Startfrei AT